Hallo, ich grüße euch. Ich bin der Philipp Stoner und heute machen wir mal was richtig cooles aus dem Schaf und zwar ein Pulled Sheep Burger. Nicht mit einem Coleslaw, wie man es kennt, sondern mit einem Blaukraut, mit einem marinierten Röstzwiebeln und das wird richtig lecker werden. Ich bin der Philipp Stoner und ich bin der Philipp Stoner und ich bin der Philipp Stoner und der Philipp Stoner. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Musik Das war die Koch-Action mit unserem Pulled Sheep, also das gesuppte Schaf, jetzt einfach mal im Burger drin, dazu vom Blaukraut ein Coleslaw machen, ein Paradieserl eine, eine gute Barbecue-Sauce, Röstzwiebel obendrauf, statt zum normalen Salat nehmen wir einen Vogelsalat her und dann kann man nur noch sagen, guten Appetit reinbeißen und Spaß haben.